Hey Leute, ich hatte gerade einen Workshop bei Marco Polo. Ich muss sagen, ich hatte wirklich so ein bisschen Angst, auf die Frauen zuzugehen. Das ist ein bisschen die Schweizer Zurückhaltungsart. Und Marco hat mich wirklich in diese ganze Thematik eingeführt. Zuerst in einem guten Theoriebereich, hat er mir die verschiedenen Skills aufgezeigt. Und dann konnte es losgehen. Dann gingen wir auf die Straße und Marco war stets zur Seite, hat uns gezeigt, gepusht, wenn wir mal nicht wollten. Und hat uns immer wieder eine gute Stütze gegeben. Und so habe ich meine Angst quasi überwunden und konnte voll reingehen. Und jetzt bin ich, zwar ist es bereits ein bisschen spät, aber ich glaube, wenn ich am nächsten Tag aufwache, bin ich voller Energie und kann weitermachen. Nice, super, vielen Dank. Würdest du es weiter erzählen? Weiter empfehlen, ich bin auch schon durch. Natürlich. Super, ich danke dir. Vielen Dank.